Was muss passieren, dass du dich wirklich nachhaltig verändern kannst? Das ist eigentlich eine sehr simple Frage und dennoch geht sie sehr tief. Bevor ich dir aber meinen Einblick in meine Welt als 15 Jahre Ausbilder in diesem Bereich gebe, lasse ich dich mal kurz selber reflektieren. Weil, wenn du heute einmal zurückschaust auf dein Leben, da gab es bestimmte Momente, die haben dich nachhaltig geprägt, die haben dich nachhaltig verändert. Und mit nachhaltige Veränderung meine ich große Veränderungen, die deine Lebensansichten verändert haben, ganze Glaubenssätze, die du über Bord werfen konntest oder einfach einen derart starken Impact auf dich hatten, dass sich dein Leben verändert hat. Und wenn du jetzt nämlich so zurückschaust, dann ist es ganz selten so, dass ein Gespräch mit einem Kumpel dafür gesorgt hat oder dass du mit einem Coach darüber gesprochen hast. Sondern es sind oftmals die intensiven Erlebnisse, die dich wirklich durchgerüttelt haben. Das kann im positiven Sinne sein, dass du ein Erlebnis hattest, das dich wirklich verändert hat. Das kann aber erstmals auch ein negatives Erlebnis gewesen sein, dass dir irgendetwas zugestoßen ist, irgendetwas passiert ist, das dafür gesorgt hat, dass du einen neuen Lebensweg eingeschlagen hast. Und wenn du aber heute zurückschaust, ist es bei den meisten Menschen so, dass dieses zuerst negative Erlebnis langfristig zu etwas Besserem geführt hat. Und warum stelle ich dir diese Frage? Weil es ist eine Frage, die kommt auch immer wieder nach den Ausbildungen oder von Kunden, die eine Sitzung bei uns machen. Weil, weißt du, sobald du Veränderung willst, dann musst du da angreifen, dahin kommen, wo du weißt, dass es wirklich etwas bewegt. Es sei denn, du suchst einfach jemanden, der dir ein bisschen Ratschläge gibt. Und jetzt sind wir so ein bisschen beim Thema Bewusstseinsspektrum. Wir haben gewisse Sachen, die wissen wir rationell. Und es gibt gewisse Sachen, die sind unter Bewusstsein oder auch energetisch, fährlich fahren kann. Und wenn ich jetzt so zurückschaue auf die letzten, auf mein Leben auf der einen Seite, aber auch die Erfahrungen aus den Ausbildungen, dann ist es wirklich dann der Fall. In dem Moment, wo du eine Grenze, die du dir selber oftmals im Kopf gestellt hast, überschritten hast, dann kamen diese Veränderungen zustande. Und diese Grenze ist bei jedem ein bisschen anders. Beim einen ist sie schon relativ weit vorne, das heißt, es braucht gar nicht viel und da öffnen sich schon Pforten. Beim nächsten braucht es relativ viel, bis hin zu holotropen Atemsitzungen oder was auch immer für technische Regressionsarbeit in der Hypnose und, und, und. Also die Frage, die du dir stellen wirst. Und das ist das, was ich dir in diesem Video gerne mitgeben möchte. Wenn du dich verändern willst und du willst etwas nachhaltig verändern, wo liegt deine Komfortzone? Wo hört deine Komfortzone auf, wo du merkst, na, bis dahin fühle ich mich noch relativ wohl, aber wenn es darüber hinausgeht, dann passiert was. Das können Ängste sein, das können Angst loszulassen sein, was auch immer, das können verschiedene Aspekte sein. Also stell dir mal die Frage, wo hört deine Komfortzone auf, weil das ist genau der Punkt, wo bei den meisten Leuten deine wahrhaftige Veränderung stattfindet. Und genau da solltest du anfangen zu arbeiten, wenn du dich wirklich verändern willst. Und wie du das auch lernen kannst oder wenn du dich selber oder lernen willst, wie du andere Menschen weiterbringen kannst und an diese Komfortzone bringen kannst und darüber hinaus, dann schau dir doch mal unsere Ausbildungen an. Sei es zum spirituellen Mentor Mainz Bild oder in Hypnose-Therapie unter Main Adventure, weil da lernst du genau das, wie kannst du diesen Punkt deinen Menschen überschreiten, damit du sie wirklich nachhaltig verändern kannst.